sind nur mehr spielwellen verfügbar okay dynamische überleuchtung ich mach mal auf schön mal gucken okay dann rechnet er das auch gut durch okay sehr schön so dann würde ich doch sagen was ist das denn okay sie nachher noch dicht machen aber egal hier ist eigentlich ein ganz gutes plateau da würde ich sagen würde ich doch sagen machen wir hier wieder unser schönes grundstück hin kommt wir machen das ja schon katze 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 bei mir ist katze weg und ich weiß nicht ob im dschungel ratzen rum rennen bis jetzt habe ich nur keine gesehen ich glaube die musik ist auch nicht so passende ich mache mal eben andere musiker da muss ich auch noch mal gucken drum und bass nein alle anzeigen wo es wunderschön ich ärgere mich halte richtig richtig stark sehr zu blöd war die ganzen sachen da abzuspeichern jetzt muss ich die ganzen kurz noch mal neu ich glaube das werde ich mal screen alles erledigen meine fresse euro wo ist auto jump automatisch springen aus das voll nervig kommst du mal einmal zu nah am blockrand der will springen ich glaube in der heutigen aufnahme session mache ich jetzt einfach nur eben kurz der alte musik von damals part 1 nö die alte musik von damals die könnte ich auch ran machen wenn du bock hast nein da wirst du doch nicht automatisch macht also ich muss unbedingt die mod fcb items oder wie das ding hieß sie mit drauf packen und eine häusse bauen hier haben wir natürlich wieder den vorteil hier haben wir normales holz also viel eichenholz dann haben wir was was ist das noch mal für ein holz birkenholz genau birke oh mein gott ist halt nur spaß ja entschuldigung wenn ich manchmal auch spaß ernst mache okay wir haben hier ganz normal eichenholz wir haben hier fichtenholz irgendwo dahinten war auch noch ein dschungel biome das heißt tropenholz können wir uns auch noch besorgen sehr geil das problem ist fühlte mir jetzt gerne ein haus bauen wollen hätte ich nicht so ein super tolles talent kein talent zu haben was bauen angeht so was bauen angeht bin ich leider sowas von untalentiert ich glaube hier hier mache ich mir eben eine grenze hin das bedeutet ich bin auch total ideenlos wenn es darum geht irgendwas zu bauen oder zu entwerfen design zu kriegen hin zu kriegen bin ich manchmal vielleicht nicht dumm aber ja keine ahnung da fiel mir irgendwie immer so ein bisschen so die idee zündende hoppla oder wahrscheinlich andere da sitzen und sie denken wääh ich mach mal schneller oder bist du schon zu alt dafür frech hier komm du mal in mein alter dann dann reden wir noch mal ich würde dich mal sehen mit 34 was du dann da machst jetzt mal so ganz stumpf gefragt auch an die leute die das vielleicht irgendwann später auf youtube gucken auch hier an hoschiko was was für ein berufswunsch hättest du was für ein berufswunsch schwebt dir vor ich bin ich verspreche ich spreche nur wahrheiten und fakten natürlich 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 es ist nur so dass die wahrheit manchmal wehtut so habe ich noch eine show will oder ich keine ein steinchen so dann machen wir uns hier jetzt ein schönes platöchen hin aber noch mal thema berufswunsch hoschiko würde gern entweder astrologe schlicht stich astrologien möchte hier vernünftig gendern oder die detektiven werden ok privat detektiven ob sie ob sie stelle ich mir gerade so vor so diese film war da alles so schwarz weiß saxofon musik im hintergrund dann die die hoschiko sitzt in einem kleinen raum alles ist verraucht oder der raum ist ein bisschen verraucht ps boy zockert 4 4 4 4 guten abends schönen guten abend wie gesagt braucht der raum hoschiko sitzt an einem tisch man sieht die tür mit so lettern drauf geschrieben hoschiko privat detektiver private detail die drei fragezeichen wir übernehmen jeden fall das wie geht's so ja mir geht's super wie geht's hier ich hoffe gut sooo ich würde hier also ähm oh es geht die musik erinnert mich irgendwie immer an stranger things komischere dinge mit bäumchen fällen natürlich wieder schön aufforsten jetzt packen wir hier mal ein paar größere bäume hin was willst du bauen ähm ja ps boy ähm ich habe eigentlich schon eine welt angefangen das blöde ist ähm ich habe meinen rechner komplett neu aufgesetzt das heißt ich habe windows neu installiert ich habe die ganzen festplatten gelöscht und alles weg leider habe ich mir vergessen von minecraft ein save game zu machen also so ein speicher eben äh so eine speicherkopie das heißt ich muss komplett neu anfangen ähm und ich habe mir eigentlich so eine kleine süße hütte schon fertig gemacht ähm ähm ich habe ein paar mods mit drauf gepackt äh au ein paar mods habe ich mit drauf gepackt und eigentlich schon alles fertig gehabt ähm zwiebeln zwiebeln und ja jetzt stehe ich hier bei einer riesigen welt mit ender portal ja mit halbem ender portal ähm die musik passt gerade richtig schön dazu alles ist weg nein quatsch ähm ja genau gary macht halt fehler wenn man hoshiko du bist du bist richtig gemein weißt du das du bist total gemein das finde ich nicht nett von dir voll Bock Hacker zu werden äh da kann ich gary's geheimsachen sehen hehehe mal sehen was es was er für unanständige sachen hat Mäuschen das willst du nicht wissen äh du bist mir sympathisch so eine beruhigende stimme oh dankeschön sehr nett muss ich sagen habe ich mir antrainiert nein mein quatsch ähm ich habe mir halt irgendwann gedacht hey pass auf wie juckt der Schädel äh Entschuldigung äh äh ne ich habe mir halt irgendwann gedacht ah weißt du was probierst du es einfach mal aus streamen und youtube und ähm ja das sagen eigentlich viele dass ich eine sehr ruhige entspannte stimme habe ähm ich versuche da halt manchmal so ein bisschen auch was reinzubringen auch an informationen oder so ähm dass man vielleicht was lernen kann Sekunde ne Öhrchen unter die Kappe ziehen ansonsten sitzt die so ganz komisch äh und die kleine Hoshiko lacht mich wieder aus so ähm weißt du was schau mal eben ganz kurz auf Pause starte youtube und ich hatte da so ein minecraft häuschen ich müsste da nur eben die maße wissen und dann habe ich eigentlich alles wieder im Kopf äh 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 das war jetzt bis peinlich egal komm was überspielen wir jetzt mit guter Laune hey nein wie gesagt ich wollte damals mal ähm anfangen zu streamen und youtube äh zu machen upsala da ist ja meistens eine äh gute oder ruhige stimme und vorteil oder auch dieses einfach pausenlos quatschen und kommentieren und ähm so ein bisschen ruhiger auch daherreden das habe ich mir irgendwann das habe ich mir irgendwann angewöhnt schade dass ich nicht mitmachen kann ne leider nicht im Moment äh will ich das nicht aber ich will äh ähm ich will mir irgendwann mal vielleicht so einen kleinen Community Server machen ähm müsste ich mal gucken ähm und zwar mache ich dann vielleicht so einen kleinen Server fertig wo man dann drauf kann ähm natürlich erstmal mit begrenzter Anzahl und ähm mit mit vielleicht nur einer bestimmten Anzahl Mods oder vielleicht auch gar keinen Mods weil ja eigentlich nicht so super wenn äh hatte ich dir vorhin gefolgt kein Alert ich glaube ich glaube die sind auch wieder zurückgesetzt ne ich habe die gar nicht drin oder ne ach scheiße Entschuldigung aber trotzdem Dankeschön Dankeschön ähm 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 Sekunde ne ich mache ihm ganz kurz Pause so ich habe vergessen die Pause wieder rauszunehmen shit okay okay in der Zeit so ich bin bun äh immer wieder nach oben ah er hat wirklich kurz Kies mit der Spitzhacke abgebaut aus aus Schmerz das ist äh da schmerzt mein Minecraft Herz ja Entschuldigung so wo war hier da ist das Ding da ist das Ding okay ähm ich glaube ich stelle mich mal eben irgendwo unter und dann würde ich erstmal sagen liebe Leutchen ich mache eben kurz eine kleine Aufnahme Session Pause ähm ich werde aber aber demnächst wieder neu anfangen und einschalten und ich werde mir erstmal wieder ein paar Videos zugute führen zu Gemüte führen und vielleicht erstmal ein bisschen Offscreen wieder das Haus aufbauen die Farm aufbauen die ich mir gebaut habe also dieses Farmhaus ich na das wird wieder anstrengend wie Sau aber das will ich vielleicht nicht im Video zeigen ich mache dann alles wieder fertig und danach gehen wir wieder auf Uhr und bis dahin würde ich einen Traum auf den Tag Ciao Ciao Euer Gangi und im Stream geht es aber doch noch weiter Ciao